Hallo, ich hoffe dir geht's gut. Heute machen wir in Kenia. Das ist ein richtig schöner alkoholfreier Drink. Wenn du mal sehen willst, bleib einfach dran. Wir beginnen mit 2cl an Ananasirup. Nehmen darauf 1cl an Bananensirup. Nimmst am besten gelben Bananensirup, der ist schön aromatisch nach Banane. Weil das alles ja sonst sehr süß ist, nehmen wir etwas mehr Zitronensaft. 4cl Zitronensaft dazu. Und damit einfach alles geshakt, dann seien wir das ein Glas mit Crushed Ice ab. Wir haben jetzt hier geshakt, alles einmal kurz abseilen. So, und dann siehst du hier einmal eine schöne herrliche Farbe. Von der Farbe her finde ich so ein leichtes Sonnengelb. Und sieht schon mal echt ansprechend aus. Vom Geruch her dominiert die Maracuja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann probieren wir mal, ja. Ist süß, aber fruchtig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil wir so viel Zitronen drin haben. Aber lässt sich sehr, sehr gut trinken. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde den auch soweit recht schön. Und dann würde ich sagen, macht den auf jeden Fall einmal nach. Abonniert den Kanal immer. Dienstags und Sonntags gibt es neue Videos. Und ich würde sagen, dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ja. Brauch.